Oh, wow. Wäre das nicht auch ein schönes Tattoo? Nimm das aus meinem Gesicht. Ein richtiger Tätowierer zu sein, ist nicht so einfach, Maya. Ach komm, wie schwierig kann das schon sein? Das ist doch nur eine Zeichnung. Maya! Du solltest bei, naja, richtigen Eltern leben. Zum Beispiel... Einem richtigen Papa? Ganz genau, einem richtigen Papa und einer Mama. Und einem großen Bruder? Wie schwierig kann es schon sein, eine Familie zu finden, hä? Und natürlich ihn hier. Sein Name ist Brutales. Nennt mich Ruchtuz. Ja, wir haben auch nur uns. Okay, gut. Wir sind einfach Maya und Sonny. Sonny, der Tätowierer. Ja, klar. Ja, wie schön. Wow, das ist ja wie in einem Märchen. Ja, wie schön. Nein, das ist ja wie schön. Vielen Dank.